Hallo Leute, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Top Gun Maverick. Ich habe vorher mir Top Gun 1 nochmal angeguckt, weil ich den Film schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe und somit auch gut vorbereitet war für den zweiten Teil. Worum geht es in den zweiten Teil? Ja, unser guter Lieutenant Pete Maverick hat sich immer mal wieder keine Freunde gemacht, wie man es halt so kennt, immer mit dem Kopf durch die Wand und seine eigene Meinung versucht durchzuboxen, was ihn immer wieder zu Problemen gebracht hat. Degradierung, Beförderung, dann wieder Degradierung und so weiter und so fort, bis das Militär mittlerweile einfach von ihm die Punkt, Punkt, Punkt voll hatte. Aber durch einen besonderen Zwischenfall haben sie ihn rekrutiert, für ein letztes Mal, um eine Mission, die nahezu als aussichtslos gilt, eine Gruppe von neun Top Gun Piloten auszubilden, um diese Mission zu erfüllen. Was gibt es Positives zu sagen? In diesem Film spielt der Sohn von Lieutenant Nick Bradshaw mit. Der Vater wurde damals gespielt von Anthony Edwards und heute der Sohn wird gespielt von Miles Teller. Und die sehen sich so ähnlich aus, sowas von ähnlich, dass man wirklich gedacht hat, das sind Real Life Vater und Sohn. Also da haben die so viel richtig gemacht. Das war ein richtig, richtig krasser Eyecatcher. Auch, dass er Klavier gespielt hat, wie sein Filmvater und so weiter. Mega, mega. Auch natürlich alte Gesichter, wie zum Beispiel Val Kilmer sind da gewesen. Aber ansonsten sind von der alten Crew nicht mehr so viele dabei gewesen. Das ist auf jeden Fall positiv. Ich muss sagen, für ein Sequel haben die so viel richtig gemacht wie möglich. Man kann halt die 80er nicht eins zu eins in die neue Zeit übertragen. Das geht nicht. Aber sie haben versucht, die besten Aspekte von damals in den neuen Film einfließen zu lassen. Und das ist denen auch wirklich sehr gut gelungen. Ein weiterer Aspekt, den ich gar nicht so wusste damals, was auch schon beim ersten Teil wohl schon so gewesen ist, dass er vieles oder sogar alles selber geflogen hat. Wo ich sagen muss, Respekt, das muss man erstmal können. Und ja, da muss man echt sagen, er ist eigentlich nur Schauspieler, aber scheinbar hat er auch sehr viele fliegerische Fähigkeiten. Und ja, perfekter Film eigentlich für das, was er ist. Ist er ein Super-Sequel, aber perfekt ist auch immer relativ. Wie ich schon sagte, man kann die 80er nicht eins zu eins ins Heute übertragen. Aber man muss wirklich sagen, sie haben sich alle Mühe gegeben. Ich habe bei dem Film jetzt wirklich nichts Negatives sehen können. Aber irgendwie kommt der Film für mich jetzt nicht so 100%ig an das Original dran. Bevor ich euch aber sage, wie viele Totenköpfe ich dem Film gebe, einmal kurz Werbung in eigener Sache. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. So, nachdem ihr jetzt auch wisst, was ihr kaufen könnt, gebe ich jetzt mal eine Bewertung ab. Und zwar bekommt dieser Film zwischen 4 und 5 Totenköpfe. Weil man bei dem Film wirklich alles richtig gemacht hat, was man richtig machen konnte. Und der Film einfach wirklich super anzuschauen ist. Einige sagen, er ist besser als das Original. Ich sage, er ist gleichwertig, aber knapp dahinter. Von daher, für ein Sequel, wo man sagen kann, dass viele Sequels wirklich auf den Müll gehören, ist dieser definitiv sehenswert. Sehenswert. Ja, kommende Woche gibt es nichts im Kino. Nichts. Es gibt keinen neuen Film im Kino, den ich mir angucken kann. Somit wird für nächste Woche die Filmbewertung ausfallen. Aber danach kommt nochmal der neue Jurassic World Film. Und danach kommen nochmal ein paar andere gute Filme. Aber gegen Ende des Monats wird es dann auch erstmal nichts Neues geben. Da werde ich mir mal gucken, was ich mir dann einfallen lasse. Ja. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis demnächst. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.